Über 90.000 Zuschauer befanden sich bei den Finalgames der Kings League in Camp Nou. Die Kistone vor Ort Messi-Aruf am Sonntag endete die erste Veröffentlichung von Gérard Piquet's Kings League vor einem verkauften Camp Nou. Die Legende ins FC Barcelona kann zuversichtlich von einer erfolgreichen Premiere sprechen. Die kleinen Feldspiele zwischen sechs Feldspielern und einem Torwart begeistert die Massen. Besonders das Halbfinale und das Finale von 2 und 90.522 Zuschauern wurden zu einem Spektakel. Auch vor Beginn der Spiele waren die Fans mit lauten Messi-Arufen spürbar. Wenig später erscheint Cristiano Ronaldo. Langjähriger Gegner von Lionel Messi und FC Barcelona, auch in Camp Nou im Stadion das grosse Erzrival von Real Madrid gehört, kaum jemand erwartet. Aber die Spiele selbst haben ja auch alles. Die Regeln sind bereits für Spektakel ausgelegt, wobei nach 20 Minuten pro Hälfte eine Schisserei unentschieden ist. In der Strafe wird sie jedoch im Zentrum erhalten und muss nach 5 Sekunden letzter Zeit abgeschlossen sein. Nur wenn der Torwart die Fouls schützen, gibt es eine gewöhnliche Strafe. Im ersten Halbfinale zwischen den Aniquiladores, zerstört auf Deutsch und Los Troncos gab es eine Schisserei, die die Aniquiladores gewonnen haben. Darüber hinaus ziehen die Präsidenten der Teams vor Beginn des Spiels eine Karte die Karte einlösen. Zusätzlich zum Jubiläum erreichte El Barrio als Finale. Im Halbfinale gegen die Sayayin blieben sie auf dem Feld. Warum das in den Regeln nicht wirklich erkennbar ist. In jedem Fall hat El Barrio in der 2-Agenst 2-Situation der 3-Eis erzielt. Die Gegner gleichen sich immer noch aus, aber die 3-4 fangen in den letzten Sekunden. Schliesslich war es eine klare Sache zwischen El Barrio und den Aniquiladores. Das Adri Contreras-Team gewann mit 3-0. Das Spiel mit allen Kuriositäten kann in voller Länge hier gesehen werden. Die nächste Abstellung der Kings League ist bereits gesichert. Dann sollte ein weiterer Star mit einem Team zu Beginn sein. Das endgültige Turnier sollte Madrid in den renovierten und unübertroffenen Tempel Santiago Bernaboy Madrid stattfinden.